Willkommen! Mein Name ist Luz Reinhardt. Ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile von einem Sessel Himmola 7627 elektrisch mit Aufstehhilfe Medium in Mikrofaser Nuwano Gras. Ein wunderschöner Sessel oder auch nicht. Die Optik ist Geschmackssache. Sie sitzen hier satt drin, muss ich sagen. Gute Unterstützung. Passt. Es ist sicherlich ein Sessel eher für Senioren. Er ist etwas breiter. Er hat absolute Wohlfühloptik. Und hier hat er eine Tasche eingenäht, wo die Fernbedienung drin ist. Und das hier ist die Taste zum Auswurf. Ja, klar, Sie lachen. Aber wenn man Probleme hat mit dem Aufstehen und älter wird und die Knochen werden müde, ist das Gold wert. Zack, bin ich draußen. Ganz toll, Aufstehhilfe integriert. Schön für Leute, die eben das brauchen. Wenn nicht, haben Sie trotzdem hier sämtliche Funktionen. Was hat der denn? Übrigens, wenn die Aufstehhilfe aktiviert ist, können Sie nicht mehr drehen. Hier habe ich einen Knopf für die Fußverstellung. Jetzt kommt das Fußteil raus. Schauen wir mal, wie bequem es ist. Ich habe diesen Sessel noch nicht probiert. Nicht schlecht. Oh, schöne Position. Und das ist der Rücken. Wow. Ja, schön. Oben etwas weicher. Ist hier noch ein Scharnier drin? Ja, hier ist noch ein Scharnier drin. Gute Armauflage. Pflegeleichter Mikrofaserstoff. Ich fühle mich wohl. Ein bisschen schlecht ist, dass es... Ah, doch, hier gibt es es. Sehr gut. Eine Schnelltaste zum Zurückstellen von allem gleichzeitig. So brauchen wir nur hier draufdrücken und fertig ist die Sache. Ein toller Sessel. Nachteil vielleicht ein bisschen die Breite. Er ist etwas breiter. Und Nachteil... Ja, ich habe einen Nussbaumsockel. Das passt vielleicht nicht überall. Und der Preis von Himmola ist sicherlich auch nicht immer niedrig, sondern eher gehoben. Advertising bei profi-schnapp.de finden Sie im Februar 2020 diesen Sessel. Als Kundensterno. Kunde hat bestellt und aus irgendwelchen Gründen storniert vor der Lieferung. Profi-schnapp.de im Netz. 24 Stunden am Tag oder live hier in 72186 Empfingen. Schauen Sie mal bei uns vorbei, rufen Sie vorher an, machen Sie einen Termin aus. Wir sind für Sie da. Bedanke ich mich. Dankeschön. Ihr Lutz Reinhardt von profi-schnapp.de. Dankeschön. Und Tschüss. Bine. các Untertitelung. ... ... Vielen Dank.